Die Illegal kommt wohl nicht mehr, ja? Ich hab dir das Arschloch so tot vorgrippiert! Habt ihr es dir erzählt? Wie hat sich im Heizungskeller fast in ihr Ohr! Diese Schwester hat! Die Mahl-Au-Weis-Frau! Die Mahl-Au-Weis-Frau! Die Mahl-Au-Ei-Frau! Bitte, dass du dich noch nicht geworben! Nein, bitte schon! Bitte, bitte nur durchschnitt! Den Kilder schweig!